Servus Leute, zurück! MaxPixel ist am Start hier. Runde 3. Blow your mind! Chapter 1, Runde 3. Save the day. Oh, Koffee, hier gibt's anscheinend... ist das so ein kleiner Rastplatz hier, ne? Hau mal den Typen mal direkt einer auf die Fresse, komm. Scheiße. Oh. Mal schmeißen wir... können wir hier draufdrücken. Schmeißen wir raus. Ja! Ey, das... so viel Glück musst du mal haben, wenn das richtig war. Ja! Sehr schön. Was macht er hier? Hier ist doch die Bombe, ne? Weil die nicht da rausschmeißen. Raus damit! Ja, aber es geht! Okay. Oh, in der Steinzeit hier, so wie zu Hause, oder? Komm hier, wir hauen uns mal ne Runde, komm. Ach, ne. Und meine gute Fürsorge ist wieder weg. Mann. Was hat er denn hier? Was ist das denn? Oh, nein! Hat man doch gerade schon. Bei der Steinzeit. Oh, ist das ärgerlich. So. Was hat er hier? Komm hier, komm. Ich klau dir den Hut. Ich bin der Chef, Liegestütze. Bam, 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 bam! Komm jetzt hinzu, Alter! Ah! Ah, da ist ich jetzt die Bombe! Ah, 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 ah! Ja, denke mal. Ja, sieht gut aus. Jetzt Kaffee. Jetzt möchte ich mir aber mal einen Kaffee holen. Komm, holen wir uns mal einen Kaffee hier. LOL. Ich hab keinen Kaffee bekommen. Oh. Na hier. Pfff. Einfach die ganze Suppe rübergekippt, ey. Ey, dieses Spiel, das musst du einfach nicht verstehen. Macht so viel Spaß. Oh. Ich spinne vielleicht mal hier in das Gas rein. Ja, guck mal, das sieht gut. Ich, ich kann nicht mehr, ey. Das ist unfassbar einfach, dieses Spiel. Ist auf jeden Fall gelohnt zu holen. Okay. Einfach auf die Fresse hauen, jeden Mann hier. Ach, Mann, wie geht denn das? Guck mal, gucken hier. Warte mal, was können wir hier denn noch machen? Den haben wir schon, eine geballert. Komm, dann hauen wir ihn, den Dings auf. Ja, so gibt es keine Schlange mehr, gibt kein Kaffee mehr. Das war's. Ja, gut. Dann haben wir das Chapter, denke ich mal, abgeschlossen. Ja, alle drei haben wir beaten. Also, erfolgreich gelöst, Freunde. Sehen wir uns wieder, wenn es heißt, McPixel in Chapter 2. Ciao.